Okay, 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 ich bin gleich da. Schlimme Musik, wo ist die Action? An unserer Treppe hier. Das ist alles? Die Treppe nähe ich, Alter. Ich hab auch daneben geschossen. Und wo ist noch was? Ich weiß nicht. Laut Musik. Da hinten. Oha, bei dir sind die alle. Leute, das ist eine Baustelle. Hier lauern haufenweise Gefahren, Werkzeuge, Rohre, die rumliegen und rumfliegen und rumgeschleudert werden. Ja, zack, da ist passiert, Arbeitsunfall. Das erklär mal der Berufsaussicht. Äh, Berufsgenossenschaft. Berufsaussicht. Berufsgenossenschaft. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, sprach nicht. Ich bin ein Wrack, Jasmin. Du redest immer so kacke. Ja, ich bin ein Wrack. Ich bin halt dumm. Äh, okay. Alter, die dicken Grisse, schlecht tot hier. Die blöde Kuh macht meine Baustelle kaputt. Ja, die haben mir meine ganzen Dings kaputt gemacht. Oh, das ist ja so frech. Die hauen hier gegen meine Wände, die noch nicht mal fertig sind. Schau. Oh Gott, kacke. Ähm. Ich habe Kuh. Ähm, ja. Ja. Ich war zuversichtlich, dass meine Schrotflinte geladen ist. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht verblute. Ich muss sie erst mal reparieren. Oh, ich habe kein Holz. Kohle haben wir fast gar nichts mehr, ey. Ich habe... Also, keine Kohle. Keine Munition. Ich habe mal ein Holz mit rausgepackt. Oh. Du bist ja schlau. Ach, bei der ganzen Aufregung fast vergessen. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Hallo. So, wir sind dem Blutmond nahe. Heute geht es los. Heute soll es soweit sein. Mal packen. Äh, den werden wir natürlich locker packen, ne? So wie den letzten. Na kein Fall. Ohne Probleme. Ich meine, den letzten Blutmond, den hast du ja nicht mal mitgekriegt, ne? Der war ja... So schnell wie er gekommen ist, war er auch schon wieder vorbei. Naja. Das hat mir alles gerade so gepasst, ey. Ach, Ivo. So, donnert schon, siehste. So ein Kackzeichen. Siehste, ich wollte eigentlich Tee gucken, ey. Der Bunker noch nicht mal fertig und schon zu 98% zerstört, ja? Ah, jetzt ist mein... Ding ausgegangen, hast du. So. Oh, ich habe Hunger. Äh. Wo war das jetzt doch? Natürlich habe ich Essen auch nicht dabei. Hallo Jasmin. Hi. Äh. Wieso bedrohst du unseren Grill? Äh, wieso hältst du den Pfeil auf mich? Was denn? Ja. Was zum Geier? Was denn? Ja, du hast die ganze Zeit den Bogen in der Hand und du stehst da wie so ein Sportschütze. Bogen. Und guckst dir hier alles an. Oh, geil. Ich habe mir mal einen Penner-Eintopf gegönnt. Oh. Würde aber wahrscheinlich nicht reichen. Hm. So. Dann kann ich halt immer die Federn einstecken. Äh, Holz habe ich. Stein reicht nicht. Nee. Ich koche ja hier noch mehr. Weißt du, wie viele Federn ich habe in dem 1-Deck? Okay. 1, 8, 7. Echt? Ich habe nur 20 gesammelt. 21 habe ich leider nur. Ah, ich gebe dir gleich Pfeile ab. Wieso verfolgen? Ich gehe jedes Mal auf dieses Scheiß verfolgen. So. Ich mache jetzt 437 Pfeile. Ich denke mal, wenn du ganz lieb bist, gebe ich dir zwei ab oder so. Wieso kann ich sie jetzt nicht herstellen? Was denn? Ach, ey, bin ich. Ja, nee, schon gut. Ich war gerade ein bisschen dumm. Kleinen Moment, ich muss die Katze rausschmeißen. Na? Kommst du nicht runter? Will nicht runter. Achso. Ich muss mir hier ein bisschen aufräumen. Oh. 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 Äh, mein Schläger ist gleich kaputt. Der erste Schläger? Ja, also mein, mein Rohr. Ich bin infiziert. Wann ist das denn passiert? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Kannst du mal sehen, ey. Der nimmt nix wahr, der Junge. Kein Problem, hm? So. Ah. Warum bin ich reingegangen? Keine Ahnung. Weil ich ein dickes Rohr brauche. Ja? Da ist ja noch ein Maschinengewehrstufe 6. Kann ich doch nehmen, oder? Äh, das ist meins. Achso. Äh, das sind mir zwei Fünfer Schaufeln. Da kann nur eine von weg. Ja, weil du mir eine andere mitgebracht hast, die 6er. Und dann habe ich die da reingepackt. Äh, den wollte ich erstmal noch behalten. Doppelläufige. Doppelläufige. Bleh. Au. Hä? Wieso habe ich hier drei Steine in der Mache? Achso. Da kommt einer, ne? Ja, ja. Ich habe gerade keine... Oh Gott. Das muss auch repariert werden. Hm. So. Das ist mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, holzi. Hier kommt noch irgendwo was. Glaube ich. Ich glaube, es hat sich nur so angehört. Also sehen tue ich jetzt auf Anhieb hier keinen. Da hat sich, glaube ich, auch nur so angehört. So. Wenn die Bäume wachsen, sieht man das gar nicht mehr, was hier passiert ist. Wie schön. Oh, schade. Äh, meine Pfeile. Nimmt der nicht mit, ey. Äh, wo sind die denn? Die bohren immer da. Wenn die Leiche weggeht. Du kannst die ganzen Pfeile immer mitnehmen wieder. So, bloß du wusstest das nicht. Doch, aber ich hatte eben keine Pfeile angezeigt. Also ich hab's nicht gesehen. So, hier noch eine Eiche. Oh, Mann, ey. Ich will gar nicht. Ja, das wird gut, ne? Zuversicht ist die Mutter der Porzellankiste, oder? Versteck mich einfach. Kannst du dich draußen verstecken, damit sie die Basis nicht kaputt machen? Nö, ist ja meine, hab ich ja gebaut. Ja, aber ich brauch die noch temporär. Nein, brauchst du nicht. Okay. Ich werde mich ohne Basis draußen in meiner Basis sehr sicher fühlen, ja? So. Ich hab mal meine Wunde genäht. Weil ich so krass bin. Mit oder ohne Betäubung? Ohne. Übel. Ich hab mir mal ohne Betäubungssplitte aus dem Finger gezogen. Also ich will nicht angeben, aber ich bin auch manchmal ganz schön krass. Findest du nicht, Jasmin? Nein. Nee. Schade, ich dachte, man könnte mir Schnee überlaufen. Den habe ich gekochen, aber das muss ich nicht. Was könnte man? Den Schneeball abkochen. Aber das geht nicht. Den kannst du nur noch für die Jokka-Smoothies nehmen, ne? Ich weiß habe ich schon, aber. Vier Stücke habe ich, glaube ich, gemacht. Hier, abkochen geht, glaube ich, nicht mehr, weil du ja die Krüge nicht mehr hast. Nee, wäre toll. Ich hätte die Pfeile vielleicht an der Werkbank machen sollen. Ich glaube, da kommt noch irgendwo einer. Das dauert nämlich jetzt noch vier Minuten. Fast. Bis die Pfeile fertig sind. Hier kommt irgendwo einer. Aber ich sehe ihn nicht. Okay, er ist an meine Pfeile gelaufen. Ja, und einer ist hier unten wieder in meiner... Na, wo? In meinem Loch. Ganz tief in meinem Loch ist er, Jasmin. Ach so, und? So. Noch irgendwer, der unbefugt hier auf meiner Baustelle rumgeistert. Nee, eigentlich müsste ich hier noch Stachel frei machen. Weil ich habe ein bisschen Angst, ey. Weil die kommen jetzt gerade alle. Ja, hier unten ist keiner. Hä, jetzt ist doch gerade in meine Falle gelaufen. Ja, der ist ja schon tot. Ja. Weiß ich selber. Jetzt sind die da sicher, Jasmin. Boah, was ein dicker Stamm. Die ist ehrentreif. Oh, Jasmin, gleich geht's los. Blutmond. Also, wenn du noch was platzieren willst, ist jetzt die Gelegenheit. Geht doch gerade. So. Ich farm hier noch ein bisschen Holz, ne? Was war das? Du musst nicht weinen, Jasmin. Nee, ich krieg irgendwie Husten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Ausdauer. Oh, ich werde gleich noch mal aus deiner Pfütze trinken und dann... Herrlich. Das ist doch ehrlich herrlich. Das ist ja erstmal wieder überall ein bisschen drumherum gemacht. Aber weißt du, was wir heute gar nicht hatten? Hm? Eine Schreierin. Naja. Warten ab. Gut, aber der Ofen unten ist auch aus, ne? Nach unten kann man, von oben kann man jetzt keine Holzstarre-Fall machen. Ich dachte, man könnte von hier nach unten welche hinsetzen. Äh, kannst du, wenn du weiter unten... Oh, was geht? Ja, ja. Lass das aber bitte. Ja, ich wollte, wenn du hochkommst... Okay. Was machen? Oder du kannst das machen. Du bist die ganze Zeit am Laufen, kann das sein? Er ist am Laufen? Du? Nein. Okay. Willst du das machen mit den Stachelfallen? Kann ich auch zumachen, dann ja. Aber sonst sollte ich jetzt hier nix weiter machen, ne? Zu? Draußen? Nö, ich hab... Ich hab... Gemacht. Noch ein paar Stachelfallen. Bitte ist denn das? Hm. Ja. Oh. Dann werden wir ja mal sehen, ob deine Konstruktion so, äh... Besser ist, ne? Ich hoffe mal, dass das alles so hinhaut, wie ich das mir vorstelle. Ich hoffe, dass wenn wir hier in diesem Vorbau stehen, dass die hauptsächlich hier vorne angreifen. Nicht, dass die einmal ums ganze Gebäude und du bist nur im Kreis laufen, weißt du? Ja. Kann alles sein. Holz... Fensterlegen. Äh... Es wird ein Dominator geben. was da gar nichts jetzt warum ich nicht ein nein wenn ich da jetzt gleich nicht hochkommen dann kriegst du richtig ärger von mir ich weiß nicht welche negativen erfahrung du mit mir gemacht haben muss dass du so von mir denkst einige ich habe dich noch nie getreut hier in diesem spiel das reicht erst mal mit der genau ich habe nicht mehr so viel holz ich wollte mir noch ein paar feile machen mit dem federn in deiner tasche ja ich habe nur 20 gehabt ich habe mir nur 20 feile gemacht ich habe ja die aus der kiste oben auch noch genommen ich habe jetzt 34 84 feile ich habe nur 21 ja reicht doch dann brauchst du doch keine von mir ich wollte erst welche abgeben aber da wusste ich ja noch nicht dass du so viele hast sehr lustig und hier noch eine auf der ecke war wunderschön das aussieht dein basis ja dann haben wir erstmal ein paar hörst du das hier ist irgendwo wer aber die höhe ist erstmal alles auf steine sie mir nichts kaputt kloppen können ja kommt ja glaube ich nicht ran vielleicht ist das ist nur so ein krabbel ich konnte da nämlich auch nichts hin machen ich bin der deutschen sprache nicht mehr mächtig ich glaube ich hatte wirklich 762 munition hatte dabei gehabt so jetzt habe ich aber was können wir denn hier noch schickes machen du hast jetzt hier nur so willkürlich aufgeschmissen doch egal diese wenn du dass die nicht hochkommen ja das war jetzt nur feststellung ich habe nur geguckt oder dass die wenn die dagegen hauen halt dass sie gleich erst mal ein bisschen schrott gehen ja oh sorry ach so hier muss der stein weg ja stein hier von deiner wand welche wand spaß warum nee hier der fußboden dann kann ich hier noch welche hinsetzen aber der hat 5000 hp ne lass doch so die tür lassen wir auf die machen wir zu okay warte ich kann ja schon mal die hier so jetzt geht da keiner runter es ist 20 nach 9 ich würde hochkommen damit du unten die fallen fertig machen kannst ich bin schon dabei die müssen wir denn halt von hier oben kaputt machen wenn wir wieder runter wollen ja aber ich denke mal die machen sie schon selber kaputt so kommen wir einmal her hier ein bisschen aufteilen hast du dir munition aus der kiste genommen von jedem etwas du hast genau das gleiche 150 und knapp 300 schrotflinte willst du gar nicht ne ok warte ich stecke mir noch schnell die munition und die waffen schon mal rein dass ich das nicht vergesse dann können wir auf womit schießen das selbst gebaute gewehr eigentlich 762 oder mit 9mm 762 wahrscheinlich ist doch da keine ahnung sie hatten die schon wieder zu 762 achso hier ich wollte dir die pfeile geben jetzt haben wir gleich viel da 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 so messing kann raus äh huhnfisch bleibt drinnen haben wir einen huhnfisch das können wir tun fisch so jetzt noch einmal hier alles achso Rohre noch zum reparieren und brauchst du noch äh Rohre wegen reparieren zwischendurch wahrscheinlich ja ich bring dir welche mit ich weiß nicht wie ich noch hab ich wollte einmal hier zum Hausammler jucken looken das hört sich nicht gesund an jasmin aber hiervon krieg ich keinen durchfall das ist der stress ne ja alle waffen sind repariert so das alles fertig ist wo bist du denn ich laufe die ganze zeit hinterher so weiß um die fackel herum ja ich stehe möglichst dicht hier an der kante in der hoffnung dass die auf die mauer oben noch mal ein paar stachel fallen machen müssen oben als doch einer rüber kommen sollte unwahrscheinlich also ich glaube nicht mal der springer kommt da hoch dafür müsste der schon auf den erker gehen die dachgaube da weißt du ja macht das vielleicht würde ich auch so machen hast du schon alles nachgeladen ok jasmin es geht los kommt von meiner seite wir verkacken ich habe so ein gefühl ich krieg schwitzige hände gerade die laufen gefühlt teilweise rechts an der wand ja geil ja die laufen nicht auf uns zu ja gut dass ich da noch ein paar stachel fallen hingebaut habe alter er springt voll hoch das ist komisch meist wir sind nicht hoch genug da sind die legenda geworden halt ne ich kann es mir nicht vorstellen also ich glaube eher wir sind nicht hoch genug dass die denken die kommen hier ran ich muss ja schon wieder nachladen hier hier ich glaube wir hatten irgendwie letztes mal mit der basis einfach genug wo ist der denn? die haben einen Baum gefällt der Spucker meine ich jetzt ähm Latzi bleib mal schön da unten wo du bist alter ich versuche den jetzt mal mehr in die Köpfe zu schießen um Munition zu sparen zappeln aber auch da unten ne okay ach also wir brauchen definitiv mehr Munition bist du schon leer oder was? ja scheiße die sind ja hier schon drinnen unten echt jetzt? ja scheiße noch ne dickere was die noch ist hier unten zu dauert aber nicht lange dann kommen die da rein ich hab noch 15 Schuss mit dem Gewehr ja ich hab gesagt das wird nicht einfach diesmal wo ist denn der? weg ja 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 Wieso hatten wir eigentlich alles nachgeladen? Alter Scheiße, ey. Ich sage ja, wir brauchen definitiv mehr Munition. Äh, jetzt ist die Frage, kann ich das da durchschmeißen? Ah, ich will es nicht ausprobieren. Ich will meine Pistole wieder haben. Na gut, die Staffelpfeilen, die lösen wir hier dann selber aus. Oh, oh. Das war's für heute. Ich glaube, ich stehe hier ziemlich cool. Oh, wenn ich nicht so schnell laden müsste immer. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Und, wie kommst du zurecht? Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh. Oh, Gott. Der hätte mich jetzt fast runter dazu. Das Ding hab ich gesagt. Normalerweise hätten wir Kohle und zusammen müssen. Alles für die Munition erstmal. Was ist denn mit dieser Staffelfalle? Oh. 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 Okay. Ah. Kick weg mit. So überfordert mich das hier es ist schon hart anstrengend die sind wieder auf der anderen seite wo das noch schon in der wand ist ja gleich sind sie drinnen alles gut wir müssen erstmal meine werkbank hier die seite ist noch zu nicht mehr lange wenn die so weitermachen jetzt noch mal schneller aber das ist nervt nee also mit sowas kann ich nicht arbeiten hier ja ich habe jetzt eigentlich gehofft dass sie rum kommen aber weil sie dahinten die sind alleine hingegangen nein ich war die ganze zeit waren gerade unten hau mal hier so ne lücke auf vorsicht da nicht rein treten achtung ich habe den boden aufgemacht natürlich an machen ja logisch jawohl noch mal ja ich habe es nicht angemacht auch Scheiße. Also irgendwie, die Schrumpf hinterhaut die nicht so fest, wie ich das gern hätte. Ja, jetzt kommen die Vögel noch. Ne. Tja. Ich brauche meine Waffen, die da haben, ey. Ich hätte auch gern das MG wieder. Ja. 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 Ich brauche keine Mollys, ne? Ne. Die Scheiße haben wir wirklich nicht. Weiter nicht rein. Okay. Okay. Mann, ey. Wie oft will die hier noch kaputt gehen? Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Ah, klar. Ja. Ich habe keine Munition, ja. Da ist noch Strohflinten-Munition in der Kiste. Okay. Willst du Pfeile haben? Ja. 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 So unten. Jetzt sind sie gleich durch, ne? Soll ich mal runter gehen? Ich dachte, du bist die ganze Zeit unten. Pass auf, da sind, äh, hör mal die Lootbags. Hier sind auch die Vögel. Ja, warte. Ich will nur einmal hier... Ja, ich gehe mal einmal rum. Ob hier noch irgendwo... Ja. Alles gut? Äh, ich werde es überleben. Also hier ist alles weg. Oh, ne. Haben wir es geschafft? Möglich. Ja. Ah, das war wieder anstrengend. Das war... Ey, da sagst du was. Oh, ich habe was gefunden, was mir gefällt. Das war wieder durchgehend anstrengend. Hm. Das will nie. Ich werde fast in die Stachel fallen gelaufen. Oh, ich habe noch mehr gefunden, was mir gefällt. Hier ist ein... Huhn. Aber warum sind die hier rein? Wahrscheinlich haben sie da zuerst Damage gekriegt, irgendwie. Oh, die sind aber auch fast durch gewesen, ne? Jaja, es war knapp. Hä? Wieso machten wir jetzt nicht die Holzdinger kaputt? Ah, jetzt. Hä? Reingeschaltet. Hallo. Weißt du mich? Ah. Ne. Eine blöde Falle hier eben. So. To. Boah, wir müssen auf jeden Fall für Munition sammeln gehen. Ja, hier vorne ist noch ein bisschen Mut, den ich nicht mitnehmen kann. Rotflinte und so. Hier sind noch zweimal Maschinen. Äh. Äh. Hier, die brauchen wir. Bitte. Ja. Dankeschön. Einen herzlichen Dank, Jasmin. Jetzt sei doch nicht so negativ. Feiern wir, dass wir es geschafft haben. Nee. Champagner. Feier hier gar nichts. Voll kaputt alles. Habe ich bei mir in der Axt eine Mod drin gehabt? Nee. Ach, geil. Das werde ich gleich erst mal verändern und so. Ja, kann ich nicht heile machen? Ich habe kein Zement. Ne, du brauchst ja nicht Zement, du brauchst Beton, ne? So, ich muss jetzt erst mal so aufwerten. Ja. Erst mal so wie es geht, ne? Ich arbeite ja an dem Zementbuscher. Oh ja, mein kleiner Haken. Credenzen hier, ne? Jetzt, wo wir es geschafft haben. Warum? So. Hallo. Lass mich jetzt fahren. Und. Schön. Und den hier nehmen wir auch noch weg. Hups. Ruhig, Jasmin. Ruhig. Alles ist gut. Das ist ja echt ärgerlich, ey. Ah. Jetzt. Und. So. Herrlich, herrlich. Ne, sogar da oben haben die Schrott gemacht. Also neun Millimeter Patronen habe ich wieder 300, äh, 762 haben wir noch 75. Mhm. So. 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 Äh, ich sortiere hier einmal eben die Beute aus. Äh, ja mit Ruhig wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn ich den gleich wieder... Wenn ich den gleich wieder... Hm. Da müssen wir mal schauen. Da warten wir erstmal. So. 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 Habe ich noch Dosen? Ne, aber ich hab noch nen Jucca. Ja. Doch, ich hab auch noch Dosen. Hm. Ach, das ist ein Anreiz der, deswegen hat er den nicht gesteckt. So, wunderbar. Warte, haben wir hier noch Feines. Gabelfleisch. Äh, Federn habe ich auch wieder 53. Das ist geil. Mhm. Ey, das nervt mich, ey. Lehm, Munizu. Äh, Lehm. Hoher. Geschmiedetes Eisen. So. Äh. Womisch, dass ich nur da rein. Also. Wahrscheinlich ist da der einfachste Weg gewesen. Ob es daran lag, weiß ich nicht. Ja, vielleicht war alles dicht dazu. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Boah, ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier was hinpacke. Oh, die muss ich noch reparieren. So, dafür brauchen wir ein Rohr und dann können wir die andere auch gleich wieder heile machen. Einmal den Rebäuber und dann nochmal eine Knarre. Jetzt stehen wir doch schon gut da. Hm. So. Hä? So hat dann das nicht mit rein sortiert. Milch. Lalalala. Lederbeinschen Stufe 2. Nicht einsortierte Vitamine, weil, ah ja, kann man nur bis 10 stacken. Boah, bist du geradeaus so durch den Wind? Ach. Aber die Mauer hat gehalten. Das kriegt Jasmin. Einen schönen Baum haben sie mir kaputt gemacht, den ich hier angepflanzt hab. Verendet. Der blöde Vogel hat versucht, hier alles kaputt zu machen, ey. Diese scheiß Vögel. So ein Kackvogel, Jasmin. Ich bin gerade richtig glücklich. Ich nicht. So. Äh, Knochen unten, Federn, Armbrust. Wieso hat er denn die Armbrustdinger nicht gesteckt? Hier oben sieht alles gut aus. So, jetzt noch einmal nach unten und dann habe ich drei wunderbare Gegenstände für dich. Drei wunderbare. Da. Geil. Du musst auf jeden Fall Munition sammeln. Ja. Aber vorher sammelst du das hier. Äh. Und Nitrat und Dingsbumskohle. Oh ja, danke. Pass auf, pass auf. Wird noch besser. Oh, doch der Schaufel. Stufe 6. Hast du mir doch schon gegeben. Achso, ich dachte das war 5. Okay. Äh. Wie, wie, wie sieht's damit aus? Ich hab da schon eine. Auch eine Stufe 5? Ja. Ist hier gerade in meiner Hand. Oh. Dann pack die hier in der Kiste für den Händler. Dann müssen wir die verstellen. Dann habe ich halt nur eine schöne Sache für dich gehabt. Guck ja mal ein bisschen Ordnung machen. Äh. So. Boah. Mein Bein. Ich kann nicht mehr sitzen. Oh. Und? Was ist denn das für ein Messer? Eisensperr, oder? Achso. Ja, ja. Den wollte ich verscherbeln. Erst noch reparieren und dann... Wäre cool. Ja, weiß ich nicht, ne? Da müssen wir an deiner Basis, da müssen wir uns noch was einfallen lassen hier. Das nervt mich ja auch. Hm? Dicker Bohn. Und am besten eigentlich mit einem Betonmischer. Ja, erstmal aus Beton wäre ganz geil. Und was mich auch so ein bisschen stört ist, dass die immer an allen vier Seiten angreifen. Ja, vielleicht haben sie es jetzt so gemacht. Wäre ja auch so einfach, wenn sie nur so wie wir das hatten. Ich weiß nicht, ob das an der Größe liegt, ob das an der Höhe liegt, wo wir stehen. Ja, vielleicht greifen die einfach an. Nein, das glaube ich nicht. Warum? Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil es ist unlogisch für die KI-Werbe. Ich glaube, wir stehen vielleicht ein bisschen zu tief. Dass die deswegen rund rum gehen oder... Wahrscheinlich, weil sie unten ihre Dings da haben, weil da der Keller ist. Ja, der Keller könnte halt echt ein Problem sein auch. Ja, weil da auch die Dings sind, die anderen Zombies. Der Keller? Überstand denke ich nicht mal, weil in der letzten Staffel hatten wir gar keinen eigentlich. Aber da hat es für die keinen Sinn gemacht von den anderen Seiten. Die haben immer nur die eine Seite angegriffen. Weil für die... Können wir eigentlich auch mal unten nochmal gucken gehen, ob nachgelootet ist? Ja, können wir... können wir gucken, ob da neue Respawn ist. Ja, aber in der nächsten... nächstes Mal. Ja, nächstes Mal denn, ne? Weil ich sehe da irgendwie so ein paar Sachen, die du nicht mitgenommen hast. Das ist schon... habe ich mitgenommen alles, wenn es da wieder liegt, ist neu gekommen. Ne, das Aufkel mit der Schaufel und so hast du bestimmt nicht gemacht. Hast du Säcke abbauen? Ja. Nö. Ich dachte, du siehst da mal oder so was. Oha, hier haben die auch richtig kaputt gemacht. Hier sind sie auch fast reingekommen. Oh. Die gehen fast immer... Ne, erst haben sie immer mehr die Seite hier vorne. Weißt du, wo die gar nicht mehr bei... äh... wirklich rangegangen sind? Vorne. Also ja, die haben hier die ganzen Stachelfeinen kaputt gemacht, aber... Diesmal war es hier. Warum? Die sind schön an den Kisten gewesen. Hier wo die Kisten, hier hängt eine Fackel. Und hier ist das Tor. Ja, das mit den Kisten hätte echt schon... Übel enden können. Ich meine, eigentlich bis auf die eine hier... äh... sind die ja hoch genug. Aber... Gut. Die haben ja die... Den hier kaputt gehauen. Denn einen drüber. Naja, gut. Aber wir haben den Blutmond wieder geschafft. Immerhin. Also diesmal hat Jasmin mal nicht so viel gebrabbelt in einer Folge. Die war hoch konzentriert. Ja, wir haben es geschafft. Wir müssen uns aber irgendwie verbessern. Wir haben einen grundlegenden Fehler. Und ich weiß nicht, welcher das ist. Wir müssen auch erstmal für Munition sammeln. Ja, wir müssen auch erstmal... Ich muss erstmal für Munition sammeln. Ne, wir. Kommst du diesmal mit, ja? Ich geh doch die ganze Zeit mit. Gut. Dann müssen wir halt Munition sammeln. Und das alles versucht zu sammeln. Ja. Ich war mehr unterwegs. Nein, ist ja alles voll. Du hast ja dafür die Basis dicker gemacht, ne? Wärst du mitgekommen, dann wären sie drin gewesen. Definitiv. So. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen mal gucken, was wir da machen. Wir müssen dem Zementmischer eigentlich noch eine Stufe näher kommen. Dafür könnten wir nochmal zwei Punkte investieren. Einen hier und... Ja, das will ich eigentlich gar nicht machen. Hier erstmal. Ähm... Ja, weil ich brauche diesen Zementmischer. Sonst geht das drüben nicht wirklich weiter. Ich brauche auch nur noch acht Bücher. Ein bisschen müssen wir noch suchen. Zwei am Bus. So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann geht's weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.